So Mafuyu, grüß dich Auf dich ist Verlass So Schwuppsti, wuppsti So, ich begrüße euch erstmal alle Servus und hallo Ich muss hier nochmal ganz kurz was einstellen So, Servus und hallo Ich wollte gerade schon wieder frohe Ostern wünschen Das war ja vor einer Woche Aber ich habe gehört, die Griechen feiern heute erst Ostern Gucken hier welche aus Griechenland zu Dann schöne Grüße Ja, wir lassen die Leute mal eintrudeln Katrin, grüß dich Mafuyu natürlich Erna, zweite Was, dritte Wie geht's denn so? Mir geht's eigentlich ganz gut Dennis, grüß dich Mietewower, Tanja, Karin Alexandra, wie geht's dir? Mir geht's eigentlich recht gut Ich habe auch gerade gegessen Und ja, täglich grüßt das Brechmann-Tier Ja, so sieht's aus Johannes, grüß dich Vanessa, grüß dich Leo, nabend Robin Grüß dich Barbara, Andreas S Gudel, grüß dich Bin halt der beste Mad Sorry an die anderen Mods Ja, das stimmt schon, grüß dich Jessica, hallo Magdalena, schönen Abend Tina, Gwen, Taubi Rin, grüß dich Tanja, Pauli Paul Black Pearl Servus und hallo Jack, moin, moin Auch ein ehrenvolles Kanalmitglied Also wenn ihr gern Kanalmitglied werden wollt Dann ist heute eure Chance Vielen lieben Dank Ja, wie geht's euch denn? Geht's euch gut? Schick, Corinne, grüß dich Ja, anscheinend hat Ich habe jetzt gerade Also falls euch das überhaupt interessiert Mitbekommen Die Wahl in Frankreich Ist jetzt wohl durch Also der Macron hat mit 60% knapp gewonnen Also ist eigentlich ziemlich deutlich Auf Twitter wurde immer so gemutmaßt Ja, das wird ja total spannend Und bla Also die hat jetzt schon wieder gegen den verloren Also viel deutlicher geht's ja am Ende nicht Ich weiß auch immer nicht, was die Leute da quatschen Naja Aber keine Politik heute hier Kann man hier eigentlich erklären, wie man Amazon Prime und YouTube verbindet Kein Name Nee, das geht gar nicht Das geht nur bei Twitch Bei Twitch kannst du das machen Bei Twitch kannst du einen Account hier machen Und dann dein Amazon Prime mit Twitch verbinden Und dann kannst du mir einen Amazon Prime Sub schenken Jules, Hallöchen, Carmen, guten Abend Gut geht's uns selbst Mir geht's auch jeden Tag ein wenig besser Also manchmal merke ich natürlich noch so ein bisschen im Bauch Dass es hier und da mal zwickt Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt vor Schmerzen sich krümmt Gott sei Dank Lara Joy Zeus, auch krasser Name Grüß dich Rabi Andrea Lein Grüß dich Nui Erne Erbse Grüß dich Meleluna Mar Mar Koa Grüß dich Herrliches Wetter und mir geht's gut Das freut mich doch, Pauli Bei uns war in Berlin ziemlich beschissenes Wetter Aber naja, ist ja immer so Oder fast immer Anna Marie Zabel Grüß dich Und typisch Manu Ich glaube, ich habe jetzt fast alle auch begrüßt Oder sogar alle Ja, haut gerne, spammt mal ein paar Herzen in den Chat Dann kann ich den Bums hier schon mal teilen Damit ich nicht wieder Ärger bekomme Und ja Das wäre auf jeden Fall eine Wolke So Lasst auch gerne ein Like noch da Das hilft dem Stream auch immer enorm Das hilft dem Stream auch immer enorm So, erstmal in der Telegram-Gruppe Und dann auf Jetzt könnt ihr alle mal auf Instagram mir folgen Und dann seht ihr auch Dass wir dort Oder dass ihr jetzt da zu sehen seid So Meine Lieben Wir sind jetzt auf DaVinci Talks Wir quatschen natürlich über die Bachmann Wir quatschen über alle Wünsche Wir sprechen über Michael Wendler Wir sprechen über YouTube Gossip Ihr könnt Fragen stellen Also schaut vorbei So Das ist gerade So Schwupp, jupp Zu Save and I Do Kam schon was, Robin Kam die Woche was Ich hab in der Tat Ähm Das war meine Erwähnung hier So Mafuyu braucht Ablenkung Ich hoffe nichts Schlimmes Aber schön, dass du vorbeiguckst Erstmal geteilt alles So Ähm Ich hab auf DaVinci Talks Also auf diesem Kanal Ähm Wenn ich mich jetzt nicht irre Oder war das auf dem DaVinci Ne Ich hab Save and I Do Vor drei Tagen Save and I Do Und die Theorien zu seinem Statement Ähm Ging hier ziemlich unter Ähm Hat jetzt Ja 5000 Klicks Ich find bei so einem Thema Hätte ich jetzt mehr erwartet Ähm Aber das hat hier komischerweise Auf dem Kanal Nicht so viel interessiert Aber ich kann euch empfehlen Den Kanal DaVinci noch zu abonnieren Da wird es auch Äh Immer wieder Solche Themen Wie Save and I Do Geo, Forim und Co Geben Ähm Weil ich das persönlich Ähm Für ziemlich interessant halte Und Das sind halt keine typischen Trash-Themen Von daher Ähm Finde ich Passt das ganz gut Ähm Also wenn euch das interessiert Könnt ihr noch zusätzlich Den Kanal hier abonnieren Genau Danke mal Fuyu nochmal Dann würde ich auch sagen Claudia Grüß dich Guten Abend Und alle anderen jetzt hier reintrudeln Ähm Also ich fand's interessant Das ist doch schon mal Du weißt schon wer Ähm Ich weiß gar nicht Ob hier schon jemand gedisliked hat Also ich gucke hier Also ich sehe das gar nicht mehr Ne hier ist doch alles super Äh Robin Und mach dir jetzt auch keinen Kopf Also wenn jetzt mal ein Video Äh Dabei sein sollte Wo ich äh Mal mehr Dislikes hab als Likes Das wäre mir persönlich auch egal Aber ich glaube ich hab in meiner ganzen YouTube Karriere Glaube ich nur ein Video oder so Von über 1500 geschafft Wo es mehr Dislikes gab Glaube ich Ich bin mir jetzt aber nicht sicher Nan1 Hallo wie geht's dir Ich meinte das Saviour Video Ist das so schlecht bewertet worden Äh Weiß ich gar nicht Müsste ich mal gucken Ich achte da gar nicht mehr drauf Ne Seitdem die das hier auch abgestellt haben Das kann man ja nur noch mit dem Add-on sehen Beziehungsweise im Ähm Achso Ne 84,6% positiv Das geht eigentlich bei so einem Thema sogar noch Also das geht eigentlich voll So bis 90 95 Also bis 95 ist super Meistens hab ich so über 95 Bis zwischen 90 und 95 ist auch noch sehr gut Und dann was da drunter ist Ist ein bisschen schwieriger Ähm Aber solange es noch über 80% positiv ist Ist es eigentlich immer Bin ich zufrieden Ähm So So Ja Dann fangen wir an würde ich sagen Die ersten 100 Leute haben eingeschaltet Lasst gerne noch ein Like da Das hilft immer dem Stream vorgeschlagen zu werden Und dann würde ich sagen Fangen wir auch an Ähm Du bist sympathisch Höre dir so gerne zu Dankeschön Tixi Also ich glaube in der Tat Robin Das ist ja auch egal Bei jetzt 35 oder wie auch immer Aber ich glaube Dass das Äh Mit den 15% Eher stimmt Als das Was mit dem Add-on rausbringt Weil was ich jetzt hier im Dashboard sehe Sind Äh Dass ich da 85% Weil ist ja auch im Prinzip egal Aber Also da vertraue ich jetzt meinem Dashboard mehr Ähm Ghostface Goldie Grüß dich Ähm Setzt sich bitte hin Äh In die Mitte des Bildes Sitze ich nicht in der Mitte des Bildes Ja Nicht ganz Nicht ganz Nicht ganz Aber ich finde es eigentlich so jetzt auch gar nicht so schlimm Luana Grüß dich Ich traue mich hier nicht ganz offen zu sagen Wir wollen auch ähm Politische Themen Jetzt gar nicht ähm Gar nicht zum Thema machen Weil ähm Also mich interessiert es auch gar nicht mehr so Ja also Ähm Mich hat das jetzt auch in Frankreich Ich habe jetzt das Ergebnis mitbekommen Und ich finde es jetzt auch so okay Ich denke ähm Damit kann man leben Aber Man muss jetzt nicht äh Äh Den Trash Talk mit Politik Es gibt schon genug Politik Sendungen Und mich interessiert es jetzt auch nicht so sehr Und ich bin jetzt auch kein krasser Fachmann Was Politik angeht Von daher wäre das ähm Denke ich sowieso Quatsch ne Jetzt darüber zu reden Äh Carina Grüß dich Ja Erstmal Herzlich Willkommen Äh Zu unserem Sonntags Stream Nach zwei Wochen Pause Ähm Mal wieder Und ich freue mich Dass ihr eingeschalten habt Äh Auch wenn jetzt die Uhrzeit sich ein bisschen nach hinten Verschoben hat Aber ich glaube Im Sommer ist es fast besser Wenn man ein bisschen später anfängt Weil jetzt wird es ja immer Später erst dunkel Und ich glaube Viele sind am Sonntag auch ein bisschen noch unterwegs Ne Da finde ich immer 18 Uhr glaube ich Ein bisschen früh Können wir aber nochmal miteinander absprechen Was ihr besser findet Hallöchen lieber David Ich hoffe Hab Äh Hoffe hab Nichts verpasst Schön dich mal wieder live zu sehen Ja mir Du hast jetzt noch nicht so viel verpasst Haben gerade mehr oder weniger erst angefangen Und Ja Ähm Bin erstmal begeistert Dass hier schon so viele unterwegs sind Äh Wir haben die ersten 100 schon wieder voll Fand schade Dass man dich Ähm Mit dem Hintergrund nicht so gut sieht Brauchst dich doch nicht Verstecken Äh Man sieht Ich finde den Hintergrund Also ich finde man sieht mich doch ganz gut Ich kann mich natürlich ein bisschen heller einstellen Aber dann ist es Blendet Das immer so Das ist das Problem In den Videos mache ich immer noch so ein bisschen heller das Licht Aber ich finde im Stream Das ist so ein bisschen gemüglicher Ein bisschen dunkler Für mich angenehm Aber sonst hast du die ganze Zeit so ein helles Licht Im Gesicht Und ich mag es persönlich nicht so gern Ähm Aber ich glaube man sieht mich ja noch gut genug Also ich kann mich gut erkennen Verstecken tue ich mich jetzt auch nicht Aber dankeschön für das Lob Ähm gut Dann fangen wir auch an Ähm Habt ihr das mit Anne Wünsche mitbekommen Ich würde sagen wir fangen mal mit Anne Wünsche ein bisschen an Ähm Adin Bachmann Ähm Habe ich ja jetzt schon zwei Videos jetzt die letzten beiden Tage gemacht Und auch beim letzten Stream Hauptsächlich über die Bachmann gesprochen Kommt natürlich heute auch noch ran liebe Leute Aber ich fand das mit Anne Wünsche Ähm Irgendwie schon wieder sehr typisch Ähm Habt ihr das mitbekommen? Machst du dieses Jahr ein Fantreffen? Ich glaube nicht Also erstmal glaube ich nicht Dass ich jetzt viele Fans habe Die zu sowas hinkommen würden Und zweitens Ähm Ja muss man ja auch noch ein bisschen gucken Auch wenn sich das jetzt alles so ein bisschen Gerade anscheinend durch ist mit Corona Aber man muss ja auch noch gucken Wie läuft das jetzt mit Corona weiter Und ich wüsste auch gar nicht Ich werde ja auch überfordert mit Ähm Wenn da jetzt 10, 20 Leute Jetzt nur wegen mir nach Berlin kommen oder so Ähm Hätte ich jetzt irgendwie Schwierigkeiten Den irgendwie Einen netten Tag zu bereiten Weil Ich wüsste nicht Was ich mit euch machen sollte, ne? Ähm Ähm Meinst du, dass sie ihre Schwangerschaft extrem sexualisiert? Ähm Ja Zum Teil Ähm Schon Also ich finde schon, dass sie zum Zum Teil zumindest Schon Daran arbeitet Ähm Mit irgendwelchen Schlagzeilen Im Gespräch zu bleiben Ob sie jetzt ein Ähm Selfie postet Wo sie Äh Leicht bekleidet zu sehen ist Oder Ähm Darüber spricht Wie ihr Sex in der Schwangerschaft ist Ich meine schon, dass das so ein bisschen komisch ist, ne? Ähm Also Ihr könnt ja gerne mal unten reinschreiben Findet ihr das auch Dass sie ihre Schwangerschaft so ein bisschen ausschlachtet? Also ich finde zumindest schon Ähm Dass das so ein bisschen so wirkt, ne? Dankeschön, Taubi, für das Lob Ähm Schön, dass du da bist Äh Aber würde mir genauso gehen An deiner Stelle, ja Es ist halt irgendwie komisch, ne? Sein Seinen eigenen So Ich wüsste halt jetzt nicht, was ich jetzt machen soll mit euch, ne? Berlin könnte man sich angucken Man könnte natürlich in irgendeine Bar gehen Aber dann müsste man auch schon wieder irgendwie was mieten Dann kommt vielleicht die Hälfte gar nicht Die sich an Weil ich hab das schon sehr oft gehabt, ne? Dass die Leute sagen Ja, ich kauf von dir Merch Oder Ich kauf das Oder Ich komm auf jeden Fall Und dann Ich glaub Wenn jetzt 100 Leute sagen würden Ich komm zum Fantreffen Komm am Ende 10 Ne? Oder 20 vielleicht hin Und Würde ja auch reichen Aber Ich wüsste halt gar nicht, was ich da machen soll, ne? Dann wäre ich so ein bisschen überfordert Muss ich jetzt ehrlich gestehen Hoffe nur, das Kind wird nicht auch noch so vermarktet Ich vermute leider schon Ich weiß nicht, wie der neue Freund drauf ist Was sagst du denn zu Mike bei Kampf der Realty Stars? Zu Mike kann ich Viktoria Fleischhauer Erinnert mich, ich werd noch was zu Mike sagen Mike von Kampf der Realty Stars und Sommerhaus Mit dem hab ich gestern bei Instagram geschrieben, ne? Ihr habt's vielleicht mitbekommen Ihr könnt euch vielleicht schon denken, um was es geht Und ich hab auch mitbekommen Vielleicht habt ihr's auch mitbekommen Helena Fürst mag mich überhaupt nicht bei Facebook, ne? Hat sie über mich geschimpft Hast du gehört, dass Mike YouTuber anzeigen will? Genau da kommt morgen ein Video zu Und da werd ich auch gleich noch was zu sagen Ähm Also bleibt gespannt Es kommt auf jeden Fall noch einiges Also ich find's an sich nicht schlimm Aber bei Anne hat das schon einen bitteren Beigeschmack Ja, es wirkt halt schon so Als würde sie sich krampfhaft darum bemühen Ähm In so eine Richtung zu gehen Die Ja Das nächste Kind auch wieder Sehr vermarktet, ne? Das machen viele Influencer Leider Gottes, ja das stimmt schon Ähm Sag was Helena mit dir gemacht hat Das ist zu lustig Ja, es ist, äh Es ist, äh Unfassbar Es wurden, also Können wir gleich auch noch drüber sprechen Ich möchte ja nicht das ganze Pulver jetzt schon verschießen, ne? Der Spannungsbogen muss noch, ähm Da bleiben Beauty-Influencer gehen immer picknicken Das können wir auch machen Okay, Sarah Das wäre vielleicht eine Idee Äh Viktoria erinnert mich Sehr schön Also ich meine, äh Also ich meine Ich und jede Mutter weiß, dass Sex zu, äh Äh, dazugehört Ja, man muss ja auch um schwanger zu werden Sex haben, ne? So deutlich muss man es ja mal aussprechen, ne? Aber ob man jetzt das in irgendeinem Video ausplaudern Nehmen, äh Muss und nebenher Finde ich komisch Als Aufklärung bin ich dabei Aber nicht wie am Stammtisch Ja, es ist irgendwie so ein bisschen Es hat wirklich so ein Stammtisch-Niveau bei ihr In der Insta-Story, ne? Da stehen viele drauf Und ich merke auch bei mir Wenn ich dann halt irgendwie schlüpfriger werde Dann gehen die Zahlen auch nach oben Ich muss aber sagen Dass ich das auch so ein bisschen billig finde Wenn man die ganze Zeit Ähm Dann irgendwie immer sowas einbaut Ähm Auch wenn ich auch gerne drüber spreche, ne? Und wir sind ja jetzt auch alle hier keine Priester Aber ja Was macht sie denn? Bekommen nichts mit von der Anne? Da werden wir gleich noch drauf eingehen, Tina Es ist furchtbar, was sie sich nach der Aufmerksamkeit bettelt Schreibt Franzi In allen Lebensbereichen macht sie ein Drama draus Das stimmt Also sie wollte sich ja anscheinend auch schon wieder von ihrem Typen da trennen Ähm Aber das, was ich eigentlich erzählen wollte Anne Wünsche Ähm Hat ja zu Ostern anscheinend nicht mitbekommen Und ich glaube, fast alle von euch haben mitbekommen Dass Ferrero Also die Kinderschokolade zum Teil Äh Zurückgerufen wurde Wegen Salmonellen Ja, und dann soll man ja, wenn da Salmonellen drin sind Und ja Schokolade, die eigentlich nicht essen Ja, sie hat allerdings wohl Kinderschokolade verzehrt und ihren Kindern zu Ostern gegeben Und allen war schlecht Und dann hat sie erst im Nachhinein mitbekommen Dass Ferrero ja selbst auf der eigenen Seite das bekannt gemacht hat Und das ist dann halt schon sehr lustig Natürlich für die Kinder doof Aber bei ihr muss man wirklich sagen Es ist typisch Anne Wünsche Wie kann man denn irgendwie sowas nicht mitbekommen Das habe selbst ich, der jetzt keine Kinder hat Mitbekommen Das wurde überall berichtet In den Nachrichten Ähm Bei Punkt 12 Im Internet Also jeder hat das eigentlich mitbekommen Lisa, grüß dich Nur die Kinderschokolade aus Belgien Ja, aber angeblich War ihr halt auch schlecht Man weiß ja nicht Vielleicht wird ja auch teilweise die Schokolade Ähm In Belgien Zu uns bestellen Man weiß es ja jetzt nicht Ich will euch jetzt auch keine Angst machen Es gibt auf jeden Fall bei Ferrero Solltet ihr unsicher sein Und noch Schokolade von Eine Kinderschokolade zu Hause haben Also alle Kindersachen Die ich auch sehr gerne esse Guckt dann mal bei Ferrero auf der Seite Bevor ihr jetzt Panik habt Ähm So, ich komme mir gar nicht so schnell hinterher Ähm Ich müsste sowieso absagen Mit zwei Kids und Fahrkosten Wäre das zu viel Naja Und auch mit Kindern Ist dann halt auch schwierig Das ist dann halt eher so ein Erwachsener Also wenn man jetzt irgendwie So ein Fantreff machen würde Dann würden wir vielleicht irgendwo Auch in eine Bar gehen Dann ist es mit Kindern Sowieso immer schwierig Aber ich plane sowas jetzt nicht Black Pearl Also macht euch keine Sorgen Hast du gehört Dass Mike Die YouTuber anzeigen will Da kann ich kurz was zu sagen Ich habe dir gerade auf Instagram gefolgt Dankeschön Äh Makoa Ähm Also erstmal Zu Mike Kann ich sagen Ich habe mit Mike Vom Sommerhaus geschrieben Bei Instagram Und der will ja jetzt anscheinend Gegen alle YouTuber vorgehen Die über ihn berichtet haben Oder Äh Onion Dog Äh MrTrashTV Da war ja auch eine Fede Die haben sich ja glaube ich Heute sogar unterhalten Oder gestern Keine Ahnung Also da kann Soja Ich glaube da ist vielleicht schon Ein Video online Keine Ahnung Ähm Auf jeden Fall hat MrTrashTV Auch darüber Äh gesprochen In seinem Einem Video Gestern Äh Mittag kam das online Und Ich habe mich bei Mike gemeldet Und habe ihm geschrieben Ähm Wie es ausschaut Ähm Weil er ja nun sämtliche YouTuber Anscheinend abmahnen will Oder dagegen vorgehen möchte Und dass ich natürlich darüber berichten werde Und ähm Er aber immer die Chance hat Bei mir auch im Live Talk zu kommen Und der hat sich bei mir bedankt Und fand das ganz stark Dass ich mich bei ihm gemeldet habe Und ich habe gesagt Du ich habe auch kein Problem Jetzt mit dir als Persönlichkeit So ich berichte einfach über die Sachen Und sage halt meine Meinung Wenn ich was kritisch finde Und dann kannst du auch in Zukunft Immer äh herkommen Und äh Sagen was dir nicht passt Das ist ja für mich auch eine Win-Win-Situation Wenn jetzt Mike vom Sommerhaus Hier in der Sendung ist Äh Ist das ja auch ganz lustig Für euch Ja als Zuschauer Und er hat das auf jeden Fall Geliked Und auch direkt geantwortet Da muss ich ihm loben Ja der hat sehr schnell Auf meine äh Nachricht geantwortet Fand ich auf jeden Fall korrekt Und ähm Mal gucken Ob der jetzt hier in Live Talk reinkommt Ich bin aber glaube ich jetzt Weil ich mich bei ihm auch gemeldet habe Erstmal aus der Schusslinie raus Also ich würde mich jetzt wundern Wenn der mich jetzt abmahnen würde Ähm Weil ich ja auch mit ihm geredet habe Ne Und gesagt habe Du äh Schreib mir doch einfach Äh Wenn dich irgendwas stört Und dann ähm Ähm Können wir da auch Jederzeit drüber reden Ne Also ich habe da gar kein Problem mit Äh Kat Ja Jaimann Grüß dich Ich hoffe es wieder Ich habe es wieder richtig ausgesprochen Schönen Feierabend Und alle anderen jetzt die Äh Reintrudeln Ähm Yeah Die Bar Ab geht's auf Mrs. Forster Ist auch ganz scharf drauf Ne Vielleicht sprechen wir nochmal drüber Ich hätte aber wirklich Angst Dass ich ein Fantreffen mache Und dann kommt keiner Ja So das wäre ja sehr unangenehm Verstehe wirklich nicht Warum du mit so einer Person Kontakt hast Und ihr eine Plattform gibst Äh Lisa M Also es ging da drum Ähm Dass er Bei Instagram Eine Story gemacht hat Beziehungsweise auch MrTrashTV Auch darüber berichtet hat Dass er sämtliche YouTuber Die über ihn berichtet haben Und da zähle ich ja dazu Abmahnen will Beziehungsweise den an den Kragen möchte Und da ich ein Gesprächsbereiter Mensch bin Habe ich ihn angeschrieben Ja Und hab gesagt Du wenn dir jetzt irgendwas An meiner Berichterstattung nicht passt Kannst du auch jederzeit In einen Live Talk kommen Und dann können wir darüber sprechen Ja Oder wenn dir irgendwas nicht passt Dann schreib mir einfach Und er fand das cool Dass ich mich gemeldet habe Und fand das stark Und ich hab Das war das Einzige Was ich mit dem geschrieben habe Ja Also ich gebe dem jetzt keine Bühne In dem Sinne Äh Dass ich den jetzt toll finde Oder Wie auch immer Aber wenn ich über jemanden berichte Ist es nur fair Und das mache ich bei einer Aline Bachmann genauso Oder allen anderen Die mit mir jetzt hier Probleme haben Die können sich bei mir melden Bei Instagram Und dann können die In den Live Talk kommen Und dann können wir auch darüber sprechen Ja Aline Bachmann wollte ja ursprünglich Auch irgendwann mal In den Live Talk kommen Hat es aber auch nie gemacht Also das ist einfach nur fair Ja am Ende Okay saufen gehen Nur wer zahlt Ja Ja wenn es noch ein bisschen besser läuft Dann lade ich natürlich ein Aber momentan Muss ich auch ein bisschen sparen Ähm Ne ne Also ich glaube nicht Immer gut solche Videos Wenn man Drama hat Und dann kann ich damit Geld verdienen Das ausschlachten Ich habe eine Rechtsschutzversicherung Ja und diesen ganzen Scheiß habe ich auch Ich habe Anwälte Die sich um sowas auch kümmern Und dann darf ich ja auch Laut Artikel 5 Meine Meinung sagen Das ist ja im Grundgesetz verankert Plus dass ich das Zitatrecht anwenden kann Mehr habe ich ja nicht gemacht So Pikachu Grüß dich Ach Gott David Ein Mensch mit großem Herzen Kannst du ja sehen Ähm Titi Popo Grüß dich Es ist furchtbar wie Oh Gott So schnell kann ich hier gar nicht lesen Manches hatte ich auch schon gesehen Ja zum Glück darf sie Juna nicht mehr vermarken Dank Henning Ja Alexandra Das ist halt auch nochmal das Ding Henning hat sich ja Der Ex von Anne Wünsche Der ja auch durch Sommerhaus und so weiter Bekannt geworden ist Oder bekannt her Der auch Influencer ist Äh Der hat sich ja auch Dagegen eingesetzt Und ganz offen Äh Auch gesagt Äh Dass er damit Probleme hat Dass seine Tochter Luna So oft bei Anne Wünsche zu sehen ist In den Formaten Und das finde ich schon mal ganz gut So Ja dann würde ich auch sagen Fügen wir kurz noch das Thema Helene Helena Fürst Nicht Helene Helena Fürst Ein Habt ihr mitbekommen Helena Fürst Hat auf Facebook Gegen mich geschossen Ja Helena Fürst Mag mich überhaupt nicht Und hat auch Alle meine Follower Und Mich auch Als Lost Bezeichnet Also sie bedient sich ja gerne Der Jugendsprache Und ich fand das natürlich Eigentlich ziemlich lustig Ich hab jetzt nicht bei Instagram Irgendwie ein Posting gemacht Oder Ich plane auch noch Kein Video dazu Ähm Aber es wird langsam Wird man bekannter Ja umso mehr Zuschauer hier zugucken Umso mehr Leute Schreiben ein natürlich auch Ja Das ist auf jeden Fall lustig Also mir haben mehrere Zuschauer gleich geschrieben Das Ding ist Es haben Leute für mich Partei ergriffen Mir das auch geschickt Äh Äh Was sie da geschrieben haben Und die wurden von ihr blockiert Also ich hab jetzt von Zwei, drei Leuten Nachrichten bekommen Die blockiert wurden Von ihr Also sie mag auf jeden Fall Nicht so gern Wenn man ihr widerspricht Ja Lexa Paul Grüß dich Und Franziska Grüß dich Also der Wahnsinn Und mehr ist da jetzt auch noch nicht passiert Also Das Ding ist Äh Sie findet anscheinend meine Berichte über sie Jetzt nicht so geil Das sind aber Uralte Videos gewesen Wo ich auch sage Okay Ähm Ich hab die jetzt erst mal Zur Sicherheit auf privat gestellt Weil ich jetzt momentan gesundheitlich Ein bisschen angeschlagen bin Und jetzt eigentlich auf Stress Jetzt nicht so Lust habe Ja Andererseits hab ich dort Nichts Schlimmes gesagt Ich könnte die auch jederzeit Online stellen Und sollte ich eine Abmahnung Von der bekommen Stell ich das sowieso wieder online Ja Äh Dann mach ich mir einen Spaß draus Weil ich werde auf jeden Fall Gegen die wegen Äh Dann wegen Beleidigung Weil die hat mich auch als Clown Und so weiter bezeichnet Ähm Kann ich ja dann auch dagegen vorgehen Ja Also Da ärgere ich dann Helena Fürst gerne zurück Das wäre mir eine diebische Freude Aber ansonsten bin ich jetzt Bei Leuten Die jetzt auch gerade So ein bisschen labier sind So wie sie Und offiziell Also finde ich Gewirkt hat in den Videos Das ist jetzt nur meine eigene Meinung Ja Sie wirkte so Ähm Also habt ihr die Berichte Da vielleicht gesehen Damals Dann äh Schille ich jetzt erstmal Ne Psycho Mike hast du nicht zu fürchten Ne Ich fürchte auch niemanden Also macht euch generell Um mich keine Ähm Keine Sorgen Ne Auf jeden Fall fand ich das auch noch Sehr lustig mit Helena Fürst Äh Das war echt auch wieder der Wahnsinn Ähm Ähm Und Und der Knaller Und äh Da muss man natürlich auch immer wieder sagen Äh Also erstmal fand ich das komisch Dass sie jetzt nach mehreren Monaten Wo ich nicht über sie berichtet habe Plötzlich solch ein Problem mit mir hat Dann hat man aber auch gesehen Sie hat zwar so einen Haken bei Instagram Und ich weiß nicht wie viel Nee bei Facebook war das Äh Ich weiß nicht wie viel Follower hat Äh Helena Fürst dort Helena Fürst Facebook Besonders viele Likes hat sie jetzt nicht Könnt ihr mal gucken Bei Facebook habe ich immer Probleme Wie viele Follower hat sie dort Könnt ihr das mal reinschreiben Wie viele Follower hatte Lena Fürst bei Facebook Auf jeden Fall hatte sie jetzt nicht Sondern nicht viele Likes Und viele Supporter dort Unter dem Beitrag gegen mich Und einige haben sogar dann Für mich Parteiergriff Und die wurden sofort blockiert Ja Also auch nicht sonderlich Kritikresistent Die Dame Der Knaller Mafuyu hat sie schon wieder umgenannt Jetzt nenne ich dich Fufu Das bleibt jetzt aber Mafuyu Mindestens einen Monat Ähm Deine Meinung zu Ankerkraut und Nestle Können wir auch nochmal kurz drüber sprechen Aber ja Das war jetzt erstmal Das Thema Äh Helena Fürst Und der Beef mit mir Der jetzt noch keiner ist Weil ich habe jetzt noch nichts Großartig gemacht Äh Tana Tam Grüß dich Und ähm Ja es wird auf jeden Fall lustig Genau Fufu Also Mafuyu wurde blockiert Dann noch Ähm Ähm Ich weiß jetzt gerade nicht mehr Wie die bei Instagram Mit der ich heute geschrieben habe Grüße ging raus War das Sabrina oder Stefanie Irgendwas mit S Ähm Falls du im Chat bist Hau ein Herz rein Ähm Auf jeden Fall Mit der habe ich heute geschrieben Und die hat mich da auch in Schutz genommen Und die wurde auch gleich blockiert Also ihr habt hier Zeugen Also Ich rede keine Scheiße Ähm Ich habe heute übrigens Falls es euch noch interessiert Auch auf dem DaVinci Crime Channel Ein neues Video online Und wenn ihr Lust habt Könnt ihr hier noch ein kostenloses Like Auch da lassen Und ein Abo Ja Also ein Like ist immer kostenlos Aber ein Abo auch Nur ähm Falls ihr Das noch nicht Getan habt Das hilft dem Stream immer Und wir sind auch gleich wieder 200 Leute Das freut mich doch So Jetzt haben wir hier Ähm Hier ist auf jeden Fall Mein Crime Channel Mein neues Video Da habe ich über den Fall Sophie N Berichtet Der jetzt auch gerade Ziemlich aktuell ist Durch eine RTL Plus Doku Über Sophie N Und dem Stalker Und Das ist ein sehr spannendes Thema Da könnt ihr gerne vorbeischauen Und ein Abo da lassen Und wenn es euch interessiert Ähm Hat auch Stern TV darüber Ein Video gemacht Äh Gestern Äh Da kann man sich nicht äußern Die bookiert gleich Gina schreibt das auch rein Ja das ist echt der Wahnsinn Und Schlumpf Wie geht's dir? Wie geht's der Kleinen? Schlumpf hat ja Äh Eine Tochter bekommen Was ist eigentlich mit deinem Gaming Channel? Der Gaming Channel kommt bald In Form eines Reaction Kanals Dort wird es auch ab und zu mal Gaming geben Aber es werden dort die Highlights Durch Aaron Der hier Mod ist Der übernimmt dort den Schnitt Und schneidet aus meinen Streams Wo ich Reactions mache Auf Twitch Für euch Videos Und dann könnt ihr dort Meine Livestreams verfolgen Von Twitch Oder von YouTube Außer diese Sachen Die ich hier hochlade Die bleiben wir sowieso Hier draus wird jetzt kein Highlight gemacht Also das ist halt ein Quatsch Und Jule Grüß dich Genau Zu Ankerkraut und Nestle Kann ich auch mal ganz kurz was sagen Bevor wir jetzt zurück zum Thema kommen Ähm Also Ich Also erstmal hat mich das jetzt nicht so krass tangiert Weil ich bin jetzt kein Heuchler Ja Zum Beispiel Ich trage hier gerade ein Pullover von Ralph Lauren Oder Ralph Lauren Ja Wie auch immer man das ausspricht Von Polo hier Mit dem Kennt jeder Mit diesem Golf Äh Äh Polo Reiter hier Ähm Vielleicht sieht man es Nee Das sieht man jetzt nicht Kennt glaube ich jeder die Marke Ja Und ähm Das Ding ist Dass diese Marke Auch zum Teil Nestle gehört Also Nestle hatte Anteile bei Ralph Lauren Und viele Also Nestle hat viele Anteile an vielen Marken An vielen Dingen Und hat generell viele Untermarken Die denen gehören Unter anderem jetzt auch Zum Teil Ankerkraut Die Gewürze hergestellt haben Und wo viele auch Ähm Der Der Ja Streaming Szene Ankerkraut beworben hat Weil das ja hier so tolle Gewürze sind Und Ankerkraut Und bla 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 Die haben auch Jeden da unter Vertrag genommen Der nicht bei drei auf dem Baum war Und ähm Jeder hat Ankerkraut beworben Und jetzt Springen alle ab Weil Nestle sich Äh Einen großen Teil Von Ankerkraut Gesichert hat Äh Betriebswirtschaftlich gesehen War das natürlich ein guter Deal Für Ankerkraut Gerade wenn Ankerkraut In den USA Als Gewürz Made in Germany Dann dort vertrieben wird Dann kaufen das die Amerikaner Am Supermarkt Also wirtschaftlich gesehen War das super Menschlich Kann man natürlich von Nestle halten Was man will Das ist natürlich jetzt nicht so geil Ja Aber ich bin jetzt kein Heuchler Ich konsumiere Wagner Pizza Wagner gehört zu Nestle Ich trinke ab und zu mal Ein San Pilegrino Wasser Und das ist zum Beispiel auch Zu Nestle Ich trage hier ein Ralph Lauren Shirt Das gehört auch zu Nestle Ja Wisst ihr was ich meine Also es wäre jetzt total heuchlerisch Zu sagen Ja Ich hab mir jetzt ultra krass Gedanken gemacht Oder ich kaufe mir jetzt Irgendwas nicht mehr Wenn mir was schmeckt Oder mir ein Kleidungsstück gefällt Dann ist mir das im Endeffekt Egal wer da jetzt Anteile hat Ich kann die Welt nicht retten Leute Max Max Dankeschön Für 2,99 Euro Hashtag Ehren Max Und Hashtag Ehren Mann Vielen Dank Und Luki Grüß dich Und Janachim Wie geht's dir meine Liebe Geht's dir gut Melde ich mal wieder Ähm Ich hoffe bei dir ist alles schick Ähm Haut auf jeden Fall für Max Mal ein paar Herzen rein Ja Wenn ihr mich supporten wollt Und meinen kleinen Kanal Bin ich über jede Spende Über Tippi Stream Ist oben angepinnt Äh Sehr dankbar Und auch über jede Spende Hier im Chat Ja Nathalie Müller Grüß dich Wir können Wir können nur die Welt Ein Stückchen besser machen Absolut Und ich mach das zum Beispiel so Dass ich hauptsächlich Gut das ist jetzt auch ein schlechtes Beispiel Aber ich trinke zum Beispiel Viva Con Agua Das ist ein Wasser Eine Marke Wo die Brunnenprojekte In Ländern fördert Die nicht Ja So gesegnet sind Wie wir hier in Deutschland Die nicht an den Wasserhahn gehen können Und ihr Trinkwasser haben Sondern die halt Brunnen benötigen Um Trinkwasser zu haben Und da trinke ich zum Beispiel mehrere Kästen im Monat Viva Con Agua Und das sind Glasflaschen Ich trinke kaum noch solche Pet Flaschen Also ich hab auch Petflaschen Und ich trinke natürlich auch draus Aber ich trinke relativ wenig Noch aus Plastikflaschen Und Oh Jule Dankeschön Vielen Dank Dankeschön für weitere 10 Euro Hashtag Ehrenjule Und Hashtag Ehrenfrau Dankeschön Wenn die Werbefreundlichkeit Mal wieder ausfällt Dankeschön Dankeschön Haut für Jule auch ein paar Herzen rein Vielen lieben Dank Für weitere 10 Euro Und Donation Goal Sind jetzt schon 16 Euro Also 32% Vielleicht schaffen wir das heute ja wieder Vielen lieben Dank Kurs geht raus an Jule Ankerkraut Karo ist eine Gewürzfirma Muss man jetzt auch nicht kennen Es haben viele Streamer beworben Und Ja Jetzt sind viele Ja mir geht's Dankeschön Mir geht's gut Dankeschön Wie sieht's bei dir aus Warst du krank Ja ich war Also ich nehme noch Medikamente Ich nehme hier noch so ein Also heute setze ich das Also kurz nochmal zu meiner Krankheitsgeschichte Ich setze heute Mein Antibiotikum nach 10 Tagen ab Das ist so mit dem Arzt abgesprochen Dass ich das 10 Tage nehmen sollte Und ich nehme noch die hier 40 Milligramm Wie heißen die Pantoprazol Davon nehme ich nur noch eine am Tag Das soll ich jetzt noch 14 Tage machen Also noch Ja fast Noch eineinhalb Wochen Nicht ganz 14 Tage Und dann Also ich gehe jetzt auch zum Facharzt Da versuche ich morgen Termin klar zu machen Für Magen-Darm Aber nur zur Sicherheit Was der jetzt nochmal sagt Ob ich jetzt eine Magen-Darm-Spiegelung Noch ein paar Monaten machen soll Oder nicht Mir geht's deutlich besser Ich merke auch Ich habe einen ganz anderen Antrieb wieder Ich kann besser schlafen Also es hat sich so schleichend Durch auch meine Rückenschmerzen Habe ich auch öfters Ibuprofen Was auch nicht so gut ist Genommen Also auf Dauer öfters mal Ja Plus dass ich auch regelmäßig Diese Orthotodontabletten genommen habe Gegen diese Rückenschmerzen Und ich bin ja jetzt auch Durch mehr Bewegung Ich habe auch ein bisschen abgenommen Jetzt in den drei Wochen Durch diese Magen-Darm-Entzündung Und mir geht's jetzt deutlich besser Und ich bewege mich jetzt mehr Mache jetzt auch langsam jetzt wieder Sport Wenn ich dann wieder darf Plus dass ich die Ernährung auch verbessert habe Also ich trinke heute zum Beispiel Wasser Anstatt einer Cola Ich verbiete mir in Zukunft Jetzt keine Limonade mal ab und zu zu trinken Oder eine Schokolade zu essen Aber ich werde auf jeden Fall weniger Davon zu mir nehmen Weil mir das einfach gesundheitlich Nicht gut getan hat Die wenige Bewegung Der Stress Die Videos die die ganze Zeit nur machen Viel drin sein Sich nicht so viel bewegen Das ist scheiße auf Dauer Harte Corona klingt ähnlich Ja das haben viele Dankeschön Ballerina Music TV Und danke für eure lieben Nachrichten Ankerkraut kommt aus Hamburg Genau das ist eine Hamburger Firma Dankeschön Jana Ich bin ein Kuss geht raus Und Kassi ist auch am Start Wie geht's dir denn? Wie läuft dein Studium? Genau Höhle des Löwen Hat Ankerkraut bekannt gemacht Ankerkraut wie gesagt Muss man jetzt nicht kennen Ist eine Gewürzfirma Bringt glaube ich auch noch So andere Produkte raus Tobias grüß dich Und ja Ich bin tatsächlich auch mal dabei Unibook Grüß dich Oder Junebook Bei Rückenschmerzen geht's zur Thai-Massage Und das hilft enorm Ja aber das Ding ist Bei der Thai-Massage In Berlin sind Thai-Massagen So ein bisschen Im Verruf geraten Weil das so halbe Bordelle Zum Teil sind Natürlich nicht alle Ja Aber Keine Ahnung Und du siehst halt nicht Ob das jetzt alles Dort in Ordnung ist Oder ob die da auch Andere Sachen massieren Ja Das ist wirklich so Ja Also ich hab mich Da schon von Freunden Ja die haben mir das da gesagt Dass das dann mitunter Vielleicht auch mal Unangenehm enden kann Oder vielleicht auch angenehm Je nachdem ob man drauf steht Ja Aber so vom Wildfremden Ich bin da jetzt nicht So der Typ für Von daher Aber trotzdem Massagen wurden mir Sogar verschrieben Also ich gebe aber Wahrscheinlich dann Ich suchbe glaube ich Eine gute Massörin Die jetzt auch Das gut kann Aus Ja Und die Oh jetzt hab ich mich grad erschrocken Hier kam vielleicht So eine große Spende rein Was ist denn jetzt hier los Fufu haut 24 Euro Seid ihr verrückt Mafuyu Ehrenfufu Haut 34 Euro raus Vielen lieben Dank Namensänderungen Wegen Markierungen im Chat Liebe euch alle Dankeschön Fufu Dankeschön für 34 Euro Und Dankeschön für das Spenden Goal Was jetzt schon wieder voll ist Vielen lieben Dank Kommt nochmal ein paar extra Herzen rein Ja Dann würde ich erst recht hingehen An deiner Stelle Ja ich weiß nicht Ich glaube ich bin da zu schüchtern für Sagst einfach mit oder ohne Happy End Ja hör bloß auf Ne ich hätte Also ich weiß nicht Vielleicht Jana Warst du nicht auch irgendwie In einer Eine Masseurin Dann lieber irgendeine Ne also Ich denke ich werde mir irgendeine Physiotherapie raussuchen Die mich massiert Vielleicht probiere ich es auch irgendwann mal aus Mit der Thai-Massage Auf jeden Fall lieber Tipp von euch Und wie gesagt Ich Bei Berlin ist es ein bisschen schwierig Zumindest was ich jetzt gehört habe Aber man muss jetzt auch nicht alles glauben Also Biene Grüß dich Du musst Thai-Massage ohne Happy End buchen Ich glaube auch Kinder am Bett Oh ich in der Wanne Du live Entspannung Das freu mich Franziska Dann lass es dir gut gehen Auf jeden Fall danke nochmal Für die Riesenspende Ja Also der Wahnsinn Wir hatten eben auch schon Ja fast 200 Leute hier Das ist der Wahnsinn Ich komme mir gar nicht mehr hinterher Ist es unsicher Wenn man in Berlin Nachts allein unterwegs ist Nicht unbedingt Kuchen Army Also ich denke In Berlin gibt es sowohl positive Als auch negative Ecken Und überall kann was passieren Bei mir ist zum Beispiel ein Kumpel Weil er schwarz war In Berlin-Zehlendorf Was sehr links ist Und sehr gut bürgerlich Zusammengeschlagen worden Und im tiefsten Marzahn Was jetzt eher dafür bekannt ist Ja vielleicht mal gegen Ausländer zu sein Oder wie auch immer Zumindest laut Gerüchten Da ist ihm nie was passiert Also es kann immer überall irgendwas passieren Aber eigentlich ist Berlin Finde ich relativ sicher Wenn man sich so ein bisschen Von gewissen Spots Fernhält Und so ein paar Sicherheitsmaßnahmen Eingeht Bin mir auch Auf dem Lande machen Die Detailmassagen Sehr gute Arbeit Und sehr seriös Dankeschön Also wenn das jetzt Innerhalb Brandenburgs ist Kann ich ja auch da mal hinfahren Also ich schließe es nicht aus Vielleicht probiere ich es auch mal aus Mit der Detailmassage Aber ich habe da sehr dubiose Dinge gehört Und zum Chiropraktiker Hat hier auch einer geschrieben Gehe ich sogar Chiropraktiker kann ich euch sehr empfehlen Chiropraktiker ist wirklich super Also ich habe Den Chiropraktiker jetzt zweimal besucht Ich hatte überall Blockaden Ich hatte brutalste Muss ich im Nachhinein mal wirklich ehrlich sein Brutalste Bewegungseinschränkungen und Wirbelsäulenprobleme Also immer wenn ich auf dem Bett Und ich habe eine gute Matratze Ein gutes Kopfkissen Immer wenn ich mich umgedreht habe Tat mir alles weh Und das ist auch nicht weggegangen Und der hat es am ersten Tag Hat er gesagt Ja das und das und das und das Ist alles eine Blockade Hier an den Beinen In den Hüften Auf den beiden Seiten Das ganze Blut ist nicht mehr richtig geflossen Ich habe auch teilweise so taube Beine gehabt Also es war wirklich nicht schön Und der hat mich eingerenkt Und seitdem ist alles super Ich kann es euch wirklich empfehlen Der hat mich auch so eingeknackt Wie man es aus den YouTube Videos Da gibt es Dutzende Kanäle Die da Millionen von Abonnenten Und Aufrufen Wirst du euch mal angucken Da werden die da so eingeknackt Das hat er bei mir auch gemacht Ich kann es euch nur sehr empfehlen Nein davon hast du wahrscheinlich geträumt Ich bin medizinische Fachangestellte Ja ihr macht doch sowas auch Dann kann ich Jana Als medizinische Fachangestellte Einstellen Als Massagetherapeutin Das wär's doch Helena Fürst behauptet Du hättest kein Impressum Stimmt das? Ne ich hab immer ein Impressum Das kann auch jeder finden Sie hat eine Seite Eine andere Seite hat gesagt Hat sie gesagt Mit einem Fake-Impressum Ich hab ein richtiges Impressum Und Helena Fürst Ist nicht so Da hatten wir heute auch schon ein Thema Ist nicht so gut auf mich zu sprechen Aber ich kann nur drüber lachen Weil ich eigentlich relativ sachliche Beiträge Über sie gemacht hab Die jetzt sogar privat gestellt sind Und wenn ich jetzt irgendwie eine Abmahnung von ihr bekomme Dann kriegt sie von mir wegen Beleidigungen auch was zurück Also die hat mich ja da richtig zu Sau gemacht Was ich ja mit ihr nie getan habe Ich hab ja ganz sachlich über die Dinge berichtet Über die auch Promiflash berichtet hat zum Beispiel Bei denen hat sie sich ja auch nicht beschwert Kein Problem über das Gehalt Sprechen wir dann privat Das machen wir doch Das können wir machen Hast du ein Y-Strap bekommen? Was ist denn ein Y-Strap, Rosalie? Mrs. Flauschig und jetzt erstmal den Stream schauen Grüß dich Ich bin auch in einem Netzwerk Genau das Netzwerk könnte man auch kontaktieren Also ich hab bei mir Ich bin wirklich auf der sicheren Seite Völlig überzogen Wie sie und was sie schreibt Ihr könnt ja ihr freundlichst schreiben Helena Fürst ist auch gerne bei mir eingeladen Im Live-Talk Ich hab überhaupt kein Problem mit ihr Ich find's unterhaltsam Und dann können wir uns gerne In einem Duell Hier freundlich unterhalten Ob das jetzt mit ihr möglich ist Waage ich zu bezweifeln Weil es wurden alleine schon zwei Zuschauer Ohne dass ich jetzt auf Instagram Oder großartig in einem Video Was dazu gesagt hab Wurden auf Facebook von ihr schon Blockiert Ja und sie hat das anscheinend nicht so gerne Dass ihre paar Follower Dann gegen sie da sticheln Geh zum Füße Hilft mir immer Sarah Ich merk's mir Also das mach ich auf jeden Fall noch Und Cassie Wie läuft denn jetzt dein Studium? Warum hab ich das überlesen? Wenn nicht schreib's nochmal rein Er war bei Alan Harper Ich hab Real Talk Meim Ähm Chiropraktiker Äh auch gesagt Du musst doch Alan Harper Und Two and Half Men Total hassen Oder? Weil die haben ja Den folgenden Ruf Der Chiropraktiker runtergezogen Genauso wie Al Bundy Mit den Schuhverkäufern Äh Wollte ja auch eine Zeit lang Keiner mehr machen Und er meinte auch Ja in der Tat ist das so Weil du bist eigentlich ein Arzt Quasi Also du weißt fast alles Was ein Arzt weiß Bist Profi in deinem Job Verdienst sogar Also er verdient besser Meinen Chiropraktiker Als so mancher Arzt Also der verdient richtig gut Also hätte ich das gewusst Hätte ich vielleicht auch Chiropraktiker gelernt Ähm Das Ding ist Man muss für das Studium Selber zahlen Und das ist ein bisschen aufwendig Ne Aber der verdient richtig gut Er hat eine Vier-Tage-Woche Und der hat auch gesagt Der hat echt blöde Nachrichten und Sprüche Schon bekommen Ähm Pink Lisa Hey bin das Ich bin erst jetzt dazu gekommen Magst du ein Video Zu dem Prozess von Johnny Depp machen Da ist schon etwas fertig Zu Johnny Depp und Amber Heard Wird die Wahrheit Über Johnny Depp und Amber Heard Äh Die nächsten Tage kommen Wo ich meine Meinung sage Und Ähm Auf ein paar Dinge eingehen werde Ja das wird spannend Also schaut da auf jeden Fall rein Hast du früher Pokémon gespielt? Ja Ich bin großer Fan der gelben Edition Das war mein letztes Gameboy Spiel Äh Also vom richtigen Original Gameboy Was ich gekauft habe War Pokémon Gelb Das Ende einer Kindheit Ja Das weiß ich noch War glaube ich Ende der 90er Ja Langes her Mein Kommentar war auch War auch freundlich Ja von Fufu auf jeden Fall auch Und die wurde auch blockiert Der zieht dir Dich lang am Nacken Mit so einem Band Ne das hat der bei mir Noch nicht gemacht Rosalie Ich stand aber schon mal An der Wand Da war dann auch so So eine Wirbung Dass der Rücken quasi Und dann hat er mich so Dagegen gedrückt Äh Mit Wucht Und dann ist das auch einmal Also das ist schon sehr Man muss schon Vertrauen haben Und ich bin auch sehr so Oh Fremde Menschen Und ich hab die Kontrolle nicht Und dann Dann macht der ja auch erst so Dann sucht der so den Wirbel Der jetzt scheiße ist Und dann knackt der ihn ein Und dann macht das Knirsch Und dann denken wir auch so Gott Wenn man das falsch macht Hab dann gleich Ein Genick gebrochen Lieber David Ich hab mich gerade Dein Impressum angeschaut 100% ist es nicht Bitte kontrollier das nochmal Ähm Also meines Erachtens Ist da alles in Ordnung Also ähm Das ist eine Impressumsseite Ähm Impressumservice Das haben viele Und ähm Ich hab auch meinen Anwalt gefragt Und der meinte Das geht so Also ähm Klar Geht das auch vielleicht besser Aber man kann mich über diese Seite Dort erreichen Die haben meine ganzen Daten Und die wickeln quasi alles für mich ab Und ähm Ich hab ja auch einen Medienanwalt Ähm Also Wenn man Also ich glaub nicht Dass es da Probleme geben sollte Also Glaube ich jetzt Ne Also Mein Anwalt meinte Das geht eigentlich so Ähm Wie bei Homer Simpson und seiner Möhltonne So in etwa Äh Steve und Jaron von LWDW Bekommen ein Baby Was ist das denn? Was Kannst du das nochmal ausschreiben? Was du meinst? Äh Ich denke Helena Fürst entwickelt sich genauso wie das Zombie Wie bei AB Das kann gut sein Ole aus Malaga Malaga Grüß dich Bonas Dias Äh Ne Doch Bonas Tades Ist das schon Abend? Äh Das was ich gelesen habe Könnte einen Untertitel haben Neid der Besitzlosen Das war eine Überschrift Wer braucht Helena Fürst Denke Mir meinen Teil Ja das stimmt schon Die blaue Edition war auch legendär Makoa Das stimmt David bitte Pokémon Let's Play Ist von dir Du bist mein Lieblings-YouTube Äh Pokémon Dankeschön Ja Ich glaub nicht Aber ich hab in der Tat Auf dem DaVinci-Kanal Ein Pokémon Go Vlog Pikachu Das kannst du dir angucken Ähm Das Knacken ist aber so unangenehm Und befreiend Ja So angenehm und befreiend Es fühlt sich wirklich super an danach Du fühlst dich wirklich ganz richtig toll Alles ist durchblutet Alles ist Also ich kann den Chiropraktiker wirklich empfehlen Ballerina Music TV Ich hab doch meinen Anwalt gefragt Und das ist ein Impressum Service So ähm Ich muss nicht meine privaten Daten dort angeben So das Das würde ich auch nicht machen Weil das wäre lebensmüde Ja Dann lauern mir hier zu Hause die Leute auf Deswegen gibt es ja extra so Impressum Service Äh Angebote Beziehungsweise auch Anwälte Die sich um sowas kümmern Ich kann mir aber vorstellen Dass ich mir vielleicht auch nochmal Einen anderen Service hole Äh Demnächst Ja Das kann vielleicht sein Aber da gab es bis jetzt nie Probleme Ich hab das schon seit mehreren Jahren Ich musste das letzte Mal Dreimal zur Physio Weil ich einfach nicht locker lassen konnte Äh Leichter Kontrollwahn Ja das glaube ich dir Das ist auch nicht so einfach Ja Bei mir gibt es vom Arbeitgeber Einmal pro Woche Monat eine Stunde Vergünstigung Beim Physiotherapeut Das finde ich gut Nehme ich mir auch gerne wahr Auch ohne besondere Beschwerden zu haben Einfach zur Entspannung zwischendurch Ja Das finde ich auch gut Dass du das machst Ähm Liebe wenn du willst Kriegen ein Baby Wie was Wo Was Aber ich würde das auch Auf jeden Fall wahrnehmen Wenn ich jetzt irgendwie so das Modell hätte So wie ihr Das ist echt geil Ich möchte das hier nicht öffentlich schreiben Aber ich weiß zu 100% Das ist das nicht vollständig Du kannst mit Ballerina Music TV gerne noch eine E-Mail schreiben Aber mein Anwalt meinte Dass das eigentlich so in Ordnung ist Aber vielleicht kann man auch noch was verbessern Tausend Fangirls Oder natürlich Na ja Schön wär Sailor Sunrise Ich würd dir auflauern Uiuiuiui Aber nur nackend Bitte Steve und Sharon von Liebe wenn du willst Bekommen Achso Also der ältere Steve Und wer ist denn Sharon Ist das jetzt ein Typ Oder hat der jetzt eine Frau Oder Ich bin da gar nicht auf dem Film Ich weiß gar nicht Was ihr hier erzählt Kannst du uns wieder mitnehmen Wenn du bei Rewe online einkaufst Mal sehen Instagram Ja folgt mir gerne bei Instagram Sailor Sunrise Kann mir da auch Bewerbungsfoto schicken Wenn es hier so weiter geht Ja Ballerina Das ist mir persönlich relativ egal Zu was ich jetzt verpflichtet bin Oder was nicht Wenn jetzt mein Anwalt sagt Das ist so okay Dann muss mir erstmal irgendjemand Einen Brief schreiben Und sagen Ja da ist irgendein Fehler Dann habe ich immer noch Zeit Irgendwas zu verbessern Also das ist in Deutschland nicht so Dass du wenn jetzt Einen Fehler machst Und das ist jetzt nicht 100% akkurat Dass dann irgendjemand zu dir kommt Und sagt Ja du schuldest mir jetzt 100.000 Euro Weil du hast jetzt hier das Impressum Einen kleinen Fehler drin Man kann mich überall erreichen Und ich werde einen Teufel tun Und meinen privaten Namen Ähm verwenden Ja Reicht Doppel D Uiuiuiui Die Ballerina ist ganz lieb Die kann mir auch gerne Tipps geben Also ich habe ja auch Mit meinem Anwalt drüber geschrieben Und der meinte auch Das wäre auch eine Möglichkeit Dass ich zum Beispiel Da Vinci als Künstlernamen In meinen Ausweis reinschreibe Dann wäre das noch sicherer Sie schreibt ja jetzt nichts unbedingt Falsches Also überhaupt nicht Darüber habe ich mit meinem Anwalt Auch schon gesprochen Es gibt aber auch die Möglichkeit Das anders zu regeln Also so ein Impressum Service geht In der Regel Äh schon Ist schon eigentlich fast perfekt Man kann da aber auch Dann über einen Anwalt Das laufen lassen Und dann noch den Namen Des Anwalts dort angeben Und dann läuft das über den Quasi als Management Oder man gibt das Management Oder man gibt das Management an Oder man hat tausend Möglichkeiten Also die wenigsten Auf YouTube haben Genau Impressum Service gilt als Zustellbare Anschrift Schreibt meine Meinung auch Und der ist immer sehr gut informiert Der schreibt immer Auch konstruktive Kritiken Wenn ich das falsch Falsch machen sollte Wie gesagt Ich bin auch gewillt Also ich arbeite auch da dran Ich überlege Ja wirklich Jetzt ist es jetzt nur eine Überlegung Ich habe das auch mit meinem Anwalt Dem Medienanwalt besprochen Vor einigen Monaten Dass ich vielleicht den Künstlernamen Mit in meinen Ausweis reinnehmen lasse Das ist nicht ungewöhnlich Ja Und dann könnte ich zum Beispiel Auch immer sagen Ich trete hier als Da Vinci auf Und dann muss ich nicht sagen Ich heiße David Punkt, Punkt, Punkt Ja Weil ich möchte in Zukunft Eigentlich da abgesichert sein Dass ich nicht meine privaten Adressen Oder ein Büro mir mieten muss Ja, also von daher Künstlernamen eintragen Ja, es ist leider so Ich würde das nicht machen Oder nicht überlegen Wenn ich der Rechtsanwalt Mir auch schon gesagt hätte Es wäre besser Wenn du vielleicht noch Darüber nachdenkst Dann bist du so ein bisschen abgesicherter Ballerina Ist alles super Alles lieb Du kannst mir auch gerne Noch ein paar Tipps geben Privat Das muss ja jetzt hier nicht öffentlich sein Auf jeden Fall ist das aber alles Jetzt erstmal so halbwegs okay Also ich habe mich halt abgesichert Und man kann immer noch was verbessern Ne, Da Vinci würde ich Würde da nur Da Vinci machen Aber vielleicht Genau Künstlernamen eintragen lassen Kostet 400 Euro oder so Das ist leider auch mit Kosten verbunden Aber dann Besser als seine private Adresse Oder irgendwelchen Stress zu haben Und welchen Blödsinn Also ich überlege das langfristig Mal gucken Also macht euch jetzt hier keinen Stress Wir switchen jetzt auch auf andere Themen Wir wollten noch ein bisschen Über Alin Bachmann sprechen Was würdest du machen Wenn du ca. 50 Fans täglich Vor deiner Tür stehen würdest Ach Ich glaube nicht Dass ich so viele Also erstmal habe ich nicht so einen Hype Ähm Und Ich glaube auch Ähm Selbst bei Gut bei Bei Tokio Hotel Oder bei irgendwelchen Bei den Beatles Oder bei den Backstreet Boys Da stehen dann vielleicht 50 oder 100 Leute Wenn die im Hype sind Am Tag vor der eigenen Haustür Aber selbst bei den Megastars Ist es in der Regel so nicht Also wenn jetzt irgendwo auftreten Dann sind da viele Leute Aber in der Regel gehen zu Privatadressen Die meisten nicht Zum Glück Aber ich würde dann umziehen Wir sind alle zu alt Zum irgendwo hinfahren Ja so ist es auch richtig Habt ihr noch Fragen Zu Michael Wendler Können wir natürlich auch noch was sagen Wir haben jetzt auch eine Stunde Hier über andere Sachen gequatscht Aber hat echt Spaß gemacht Ich würde sagen Wir quatschen jetzt mal ein bisschen Über Anne Wendler Quatsch über Anne Wendler Über Aldi Bachmann oder Und über den Wendler Für einen kleinen Jutor Bist du schon bekannter Ist eine gute Idee mit dem Ausweis Ja mal sehen Also ich finde es auch ein bisschen albern Aber je nachdem wie groß das wird Macht das vielleicht Sinn Auch mit dem Namen schützen Wenn man jetzt vielleicht eine Marke draus machen will Ist das auch keine blöde Idee Was jetzt hier zum Beispiel Der Dennis da schreibt Weil da bin ich auch schon in Kontakt Und ich habe das auch schon mal abgesprochen Dass man das vielleicht mal in die Wege leitet Das kostet aber alles Geld Das sind ja irgendwie 1000, 2000 Euro Die man einfach mal für irgendwelchen Blödsinn ausgibt Wo man noch gar nicht weiß Ob man das vielleicht mal überhaupt umsetzen möchte Weiß ich halt auch nicht Ob das so das ist Was ich jetzt mir wünsche Ja habt ihr Fragen zu Michael Wendler Zu Alin Bachmann Ich würde sagen wir kommen jetzt zu den Themen Anne Wünsche ist erstmal abgehakt Würde ich sagen Und wir haben ja sehr querbeet jetzt hier gequatscht Wir werden bestimmt finanziell unterstützt Ach müsst ihr nicht Aber das ist lieb Ich bin ja schon gesegnet Dass ich hier streame Und heute kam jetzt auch schon wieder Fast 50 Euro rein Durch Superschat Und hier den Durch die Spenden hier Also das ist wirklich der Wahnsinn Also ihr müsst Müsst jetzt hier nicht Irgendwas raus haben Wenn ihr was über habt Freue ich mich Aber ist jetzt hier kein Zwang Moini Jokes on you Ist nicht wie beim Drachenlord Wir sind ja alle ganz lieb Ja hoffentlich Alexandra Sonst kriege ich ja Angst Aber ich hab jetzt echt Also ihr müsst wirklich das Video Auf dem Da Vinci Crime Kanal euch reinziehen Das hat's in sich Also Das ist echt sehr gruselig Hat der Wendler sich wieder Irgendwie in einer total irrelevanten Art Echauffiert Ja also so mehr oder weniger Muss man halt bei ihm halt sagen Deswegen hab ich jetzt auch Die letzten ein, zwei Wochen Jetzt kein Video zu ihm gemacht Ich hab sogar schon ein fertiges Thumbnail Und bin bereit Über den Wendler zu berichten Aber ich fand jetzt Er hat jetzt ein bisschen rumgenörgelt Wegen Xavier Naidoo Darüber könnte man eventuell Ein Video machen Aber ansonsten muss ich sagen Ähm Dass, dass, äh Der Wendler jetzt nicht so spannend Jetzt die letzten Wochen war Er hat mit Laura Wieder verliebte Bilder gepostet Ich weiß gar nicht Ob die noch dieses Only for Fans macht Oder nicht Aber sonst Ich hab einen Künstlernamen eingetragen Im Personalausweis Seit ca. 30 Jahren Aber aufgrund meines Berufes Ich war früher Opernsängerin Bin jetzt im Ruhestand Okay krass Auch nicht schlecht Oh dankeschön Hallöchen Nicole Dankeschön Für 10 Euro Hashtag Ehren Nicole Und Hashtag Ehrenfrau Vielen, vielen, vielen Vielen Dank Für 10 Euro Wie geht's dir meine Liebe Geht's dir gut Haut nochmal ein paar Herzen Für die Nicole rein Und danke für die noble Spende Ja Also wirklich der Wahnsinn Was hier immer reinkommt Zum Thema Salvia Wenn die Schwurbler Über einen ihrer Oberschwurbler Schwurbeln Total lustig Was die dazu sagen Das ist in der Tat lustig Ich überleg auch noch Also vielleicht mach ich auch noch was dazu Mal sehen Also wollt ihr zum Wendler Und Salvia Nadu Noch ein Video haben Ich kann's ja aufschreiben Also mich stört's ja nicht Also wenn ihr dazu noch ein Video haben wollt Haut doch mal ein paar Herzen In den Chat Es muss nicht unbedingt sein Aber es sind einige Ja's Und einige Herzen sind dabei Genau Einige Schwurbler Das hab ich ja bei meinem Salvia Nadu Video Vor 3 Tagen auch schon gesagt Dass manche Munkeln Das Salvia Nadu Und welche Auflagen Bekommen hat Oder bedroht wurde Also sind einige Herzen da Dann mach ich dazu ein Video Soll mich ja nicht stören Mehr Content für euch Hab ich noch eine Video Idee Passt doch Rieke Grüß dich Und alle anderen Die jetzt hier rein Trude Lauresch Servus Und hallo Alexandra Guten Abend Schlaf gut Kat Ich nenn dich jetzt Kat Der Name ist zu kompliziert Oder Kat Ja der Wahnsinn Ja ich würde sagen Also bei Michael Wendler Da gibt es jetzt nicht so viel Wie gesagt Ich weiß nicht Ihr könnt ja mal reinschreiben Ob er Also bei Macht er noch Onlyfans Da hat er auch nichts mehr gepostet Und Laura Müller Hat doch auch nichts mehr Bei Onlyfans gepostet Oder Denise Grüß dich Guten Abend Lieber David Rieke Grüß dich Zurück Ja also das ist jetzt erstmal Die Frage an euch Wie sieht das da aus Und wie ist eure Situation Bei der Frage Ja Was denkt ihr Postet Laura Müller Noch Nackedei Bilder Oder nicht Ich hab's nicht mitbekommen Mir geht's soweit Okay Hoffe dir auch Ja mir geht's auf jeden Fall Deutlich besser Ich kann nicht klagen Also es geht aufwärts Ist natürlich so ein bisschen Im Bauchbereich Merkt man's hier und da noch Ich muss halt jetzt Mehr Bewegung Mehr Sport Dann mal gucken Wie der Magen reagiert Wenn ich die Medikamente Dann in eineinhalb Wochen Komplett absetze Heute ist der letzte Tag Antibiotika Und das hat mir auf jeden Fall Deutlich geholfen Jetzt die zehn Tage Das Antibiotikum zu nehmen Das Statement von Salvia Hat mir irgendwie Hoffnung gegeben Dass die ganzen Irren Vielleicht doch noch Zu Besinnung kommen Ja in der Tat In der Tat Dennis mach's gut In der Tat hatte ich auch Das Gefühl Das könnte vielleicht auch Ganz gut sein Dass er sich jetzt entschuldigt Das hätte natürlich auch Zufolge Haben können Dass sich jetzt mehrere Sagen Okay Ich Besinne mich War's aber nicht Black Pearl Sei nicht so neugierig Das müsste eigentlich Glanz sein Aber ich hab hier und da Ein paar graue Härchen Aber meistens sieht man die nicht Also so grau sind meine Haare Jetzt doch nicht Dass man die jetzt glaube ich Im Fernsehen Würde ich gerade sagen Auf Videobildschirm sieht Das ist vom Licht Aber kommt doch irgendwann Irgendwann sind die Komplett grau Aber ich denke ich werde Ich hab mir auch schon mal So Sachen geguckt Dieses Re-Nature Oder wie das da heißt Oder Dieses von L'Oreal Was man dann Auf bestimmte Stellen Des Kopfes drauf machen kann Wenn man so langsam So ein paar graue Stellen bekommt Ich glaub das werde ich Auf jeden Fall machen Weil ich fühl mich dann zu alt Weil ich seh im Gesicht halt Noch so jung aus Und wenn ich dann irgendwie Richtig graue Haare So wie Schweinsteiger Mit Ende 30 Dann schon so komplett grau Das sieht irgendwie blöd aus Ich mag Männer mit grau Milliliten Haaren Ja bei Männern kann das auch Hier und da ganz cool aussehen Aber ich find Zu mir würde das glaube ich Nicht so gut passen Oder Meint ihr zu mir Passen graue Haare später Dann passt die Frisur auch Finde ich nicht mehr so gut Oder Man sieht dann irgendwie Fühle ich mich dann Schon so alt Die werden das 7000 Likes verteilt Auf 120 Posts Bei OF Nicht gerade erfolgreich Okay das ist echt nicht viel Als Friseur Jokes on you Was würdest du denn empfehlen Was gibt's denn für Produkte Gibt's nicht auch So Shampoo Was man so benutzt Als Shampoo Und was das so ein bisschen Auch dunkler macht Könnt ihr mal reinschauen Ich mag grau Mach wie du meinst Ja Also ich denke auch Also ich In 10 Jahren Oder 15 Jahren Ja wenn man dann Vielleicht graue Haare bekommt Dann ist mir das glaube ich Egal Aber jetzt so Wenn es so ein paar Jahren Anfängt glaube ich Würde ich färben Glaube ich zumindest Oder halt tönen Also färben muss man ja erst Wenn man jetzt komplett grau ist Oder komplett umfärben will Eine Tönungswäsche Genau Das Shampoo Das Shampoo wird das Weiße Nicht überdecken können Weil weiße Haare Borstiger sind Okay Pantoprazol kann B12 Mangel machen Soll ich auf jeden Fall Im Blick behalten Dankeschön Lissaya Werde ich im Hinterkopf behalten Ich trinke aber jeden Tag La Vita Ein Mineralien- und Vitaminen- Vitaminen-Trink Auch als Schutz So ein bisschen Das mache ich sowieso schon immer Mein Freund hat mit knapp 28 Fast gar keine Haare mehr Der braucht nichts mehr färben Okay das ist fies Oh der Arme Aber du liebst den hoffentlich trotzdem Sportliche Figuren Graue Haare sind sexy Da stehen auch viele Frauen drauf Vielleicht wäre das auch so ein paar Graue Schläfen in ein paar Jahren Vielleicht Doch irgendwie noch Nicht schlecht Find das null schlimm Mein Freund hat auch mit 25 An den Seiten grauen Haaren Ja manche kriegen schon Voll früh graue Haare Das ist echt krass Vielleicht steht es mir auch Man weiß es nicht Es gibt sowas wie Eine leichte Tönung Shading Das macht Der Friseur Tönungs Wäschen helfen Genauso wenig wie ein Shampoo Okay Shading Und was muss man da machen Sehr Klatze steht im Total Ja manche sehen ja auch mit Klatze viel besser aus Bruce Willis Bei mir ging es mit 24 Los Ich hab auch Also ich weiß noch Da war ich vielleicht 18, 19, 20 Hatte ich auch mal so einzelne Ein, zwei so graue Haare Die hab ich mir dann rausgezogen Das ist manchmal auch ganz normal Das kann auch vom Stress kommen Und ich kenn auch viele Die mit Anfang 20 Die ersten grauen Haare bekommen Und die haben dann mit 25 Schon relativ viele graue Haare Die müssen dann entweder Wirklich anfangen zu tönen Regelmäßig Oder die leben halt mit Jetzt mach nicht so einen Wind wegen Haaren Ja ich bin alte Hast du schon graue Haare Ein paar hab ich hier und da So an den Seiten Und auch im Kopf So ein paar Aber es ist nicht so schlimm Also es fällt jetzt nicht so krass auf Aber Shading find ich jetzt spannend Was muss man denn da machen Ich schreib mir das mal auf Aber ich glaub Das hat noch ein paar Jahre Zeit Jeffrey Dean Morgan Hat graue Haare und sieht super aus Wie gesagt Ein George Clooney Ist mit schwarzen Haaren Mit grauen Haaren bekannt geworden Odins Frauchen Du hast abgenommen In der Tat Also schreibt das mal jetzt Wirklich rein Herz in den Chat Wenn euch das aufgefallen ist Dass ich abgenommen habe Ich hab in der Tat 5, 6 Kilo Müsste ich abgenommen haben Ich wieg jetzt unter 95 Kilo Das hab ich lange nicht gewogen Und ich versuch Unter die 90 zu kommen Also ich find mich auch Ein bisschen schmaler Weil ich jetzt auch hauptsächlich Wasser trinke So Kleinigkeiten Du siehst im Gesicht dünner aus Dankeschön Das freut mich Dankeschön Das ist lieb Im Gesicht fällt es auf jeden Fall auf Dankeschön Gesicht schmaler Das ist lieb von euch Kuss geht raus an alle Das freut mich Dass das so ein bisschen Früchte trägt Gut das war jetzt natürlich Auch weil ich jetzt wirklich Weniger als eine Zeit lang Essen konnte oder wollte Ich hatte auch gar keinen Appetit Bleibst trotzdem ein Hefeklos Ja aber nur für dich Fufu Aber ja ich versuche Unter die 90 zu kommen Dann seh ich noch ein bisschen Schmaler aus Aber ein bisschen will ich auch Meine Masse Will ich schon ein bisschen behalten Deine Wangenknochen Kommen etwas raus Dankeschön Genau gezuckerte Getränke Machen viel aus Und ich habe halt wirklich Fast eine Cola getrunken Das muss ich halt mal so ehrlich Oder Dr. Pepper Ihr habt mich ja jeden Stream Drei, vier Dosen trinken sehen Jetzt trinke ich Wasser Ich werde auch ab und zu Mal eine Cola trinken Auch beim Stream wieder Aber halt nicht mehr Dass ich da irgendwie Zwei Liter Cola am Tag trinke Und mich dann wundere Dass es mir scheiße geht Wie viel musst du bei deiner Größe wiegen Das ist vollkommener Quatsch Also ich bin 1,89 Jetzt könnte man sagen Ja 75 bis 85 Kilo Aber ich könnte auch Rugby Spieler sein Der 100 Kilo wiegt Und keinen Gramm Fett am Körper hat Das kommt immer auf die Muskelmasse Am Ende an Was machst du denn zum Abnehmen Ich mache eigentlich gar nichts Ich mache momentan Weder großartig Sport Ich bewege mich ein bisschen mehr Durch Spaziergänge Ich trinke mehr Wasser Ich esse weniger Auch weniger ungesund Also nicht mehr so viel Schokolade Ich trinke nicht Zwei Liter Cola am Tag Ich bewege mich ein bisschen mehr Ich fange jetzt mit dem Sport wieder an Ich mache auch manchmal öfter jetzt Rohkost Dass ich auch öfters mal Einfach ein paar Gurken Und Vollkornbrot Dann mit Käse dazu Also Kleinen Salat Oder keine Ahnung was Also ich habe jetzt Einfach meine Ernährung Durch diese Magen- und Darmentzündung Umstellen müssen Auf der einen Seite Und ich will es auch Ich muss sagen Ich habe gar keinen Bock mehr Irgendwie Drei Tafeln Schokolade Gerade zu essen Oder zwei Liter Cola zu trinken Weil ich gemerkt habe Wie schlecht es einem Da durchging Und ich habe jetzt gerade Voll den Hiepe auf gesunde Sachen Also Früchte Oder trinkt gerne Wasser Und ich passe da schon So ein bisschen jetzt mehr auf Liebe Kohle auch Das ist echt ein Fluch Wie gesagt Also das Ding ist Dass ich halt jetzt Darauf achten werde Dass ich jetzt da so ein bisschen Gesünder mich ernähre Mehr Bewegung Mehr Sport Dann wenn ich wieder darf Und ja Was nicht heißt Dass ich Ich habe zum Beispiel Jetzt auch Gestern habe ich eine Pizza gegessen Ja Aber ich bestelle mir nicht mehr Zwei Pizzen Und wenn ich einen Burger Esse Esse ich einen Burger Und nicht zwei Oder Und wenn ich jetzt Eine Tafel Schokolade esse Esse ich vielleicht eine Tafel Und nicht zwei Oder Oder trinke eine Dr. Pepper am Tag Und nicht drei Also das ist alles So ein Ding Ich mag etwas kräftige Männer Da hat man was gut zum Anpacken Ja mögen auch viele Ich habe mir früher Mal vor den Film geschoben Ein Mann ohne Bauch Ist ein Grippe Ja sagen auch viele Absolut Also wie gesagt Ich werde auch Mein kleines Bäuchlein Und ein bisschen Speck Werde ich immer behalten Und da stehe ich auch zu Und habe damit kein Problem Und ich werde auch Hier und da Mein Mist mal essen Ich bin halt ein Lebemann Ich werde auch mal Alkohol trinken Wenn die Tabletten Dann abgesetzt werden Aber ich werde halt Gesünder als vorher leben Die Liebe zu Cola Mag Pepsi Pepsi ist auch nicht schlecht Also Jetzt Real Talk Bevor ich Krank wurde Habe ich Also normaler Also wenn ich jetzt zum Beispiel Wie soll ich es beschreiben Also es gab schon Tage Da habe ich zwei Pizzen Am Tag locker gegessen Und die letzten Male Wo ich Bevor ich krank wurde Wo ich bestellt habe Beim Italiener Habe ich immer irgendwie Entweder ein Nudelgericht Und eine Pizza Oder eine Pizza Und auch noch eine Zweite kleine Pizza Oder wie auch immer Oder zwei große bestellt Damit ich irgendwie Am Abend noch was snacken kann Vom Schlafen gehen Oder dann zum Frühstück Irgendwie noch zwei Stücken habe Oder so Ja also das habe ich Regelmäßig gemacht Und bei mir war das Auch kein Problem So ein Zehnerpack Milchschnitten An einem Tag zu essen Oder So ein Zwei Tüten Von diesen Nougat Eiern Von Aldi Diese Grünen Die liebe ich Und da habe ich jetzt Auch zu Ostern War ich stolz auf mich Ich habe dann keine mehr gegessen Obwohl ich da echt Zuckersüchtig Auch so ein bisschen bin Und dann Dann den ganzen Tag Dazu mehr oder weniger Cola zu trinken Und kein Wasser Das ist halt auch noch mal Beschissen Also das war bei mir Schon regelmäßig der Fall Frisst die Hälfte Ist die beste Diät So sieht es aus Also ich muss da Muss rückwirkend sagen Dass ich einfach viel Falsch gemacht habe Schlecht ernähren Wenig bewegen Stress Den man sich selber macht Oder vielleicht auch Von außen bekommt Also ich habe ja zum Beispiel Auch mit dem Vermieter Mussten wir uns hier rumstreiten Da haben wir zum Glück gewonnen Ja Mit dem Und weil der Rechtsanwalt Sehr gut war Würde ich sehr dankbar Haben wir über Dreieinhalbtausend Euro Miete sparen können Also ich alleine Ja Und das ist echter Wahnsinn Ja Und sowas Stresst einen natürlich auch Dann habe ich halt Durch die wenige Bewegung Rückenschmerzen bekommen Habe dann Schmerztabletten Immer genommen Habe es mit Sport Versucht Aber das ging da nicht So der Chiropraktiker Konnte mir dann helfen Und Sport Und ich musste mich halt Jeden Tag bewegen Und nicht nur dreimal In der Woche Und ansonsten rumgammeln Ich lag halt oft hier rum Auch während Corona Habe ich dann halt zu Hause geschillt Das ist halt scheiße Jessica Oh nein Was habe ich verpasst Gar nichts Wir quatschen nur Team Red Bull Ja ist auch Gefährlich Ist nicht so plakativ Und sieht nicht Getönt aus Wenn es gut gemacht ist Allerdings Wäscht man sich das Mit der Zeit Wenn du Richtig Färbung willst Die Raus Nee nee Also Wir gucken da mal Selten Cola mischen Das schmeckt mir Persönlich so Also wenn Trinke ich dann lieber Eine richtige Cola Und gönne mir die Oder vielleicht noch Ein zweites Fläschchen Aber nicht Jeden Tag Und nicht Fünf Flaschen am Tag Und sonst nur Ein Glas Wasser trinken Sondern andersrum Krass Dass du dich so ungesund Ernährt hast Und alles Hast du so eine reine Haut Ja da habe ich Glück Also ich weiß auch nicht Mit Pickeln hatte ich nie Probleme Also Ich konnte immer essen Und trinken Was ich will Und ich habe auch Bis 18 65 Kilo gewogen Auf 1,85 Also Ich war nie dick So Also Das kam dann halt Und auch ich Auch freiwillig Weil ich durch den Sport Und durchs Essen Und Reinhauen Massephase 365 Tage Dann halt auch An Gewicht zugenommen habe Und ich muss auch sagen Ich fühle mich viel wohler Mit 90 Kilo Als mit 70 Klar sind 70 Kilo cooler Für Bewegung Und dann Joggen gehen Oder wie auch immer Ja Aber Fast jedes drittes Mittagessen Besteht bei mir Aus irgendwelchen Mit Nudeln Ich bin ein Nudeljanker Ja das kenne ich auch Dachte nacheinander Nee nacheinander Also wenn ich gut bin Habe ich vielleicht auch mal Eineinhalb Pizzen Nacheinander gegessen Oder also Während Also hintereinander weg Aber sonst Sonst schmeckt das auch nicht Dann bist du ja so Du bist ja tot Dann bist du ja so vollgefressen Wenn du zwei große Pizzen Am Stück isst Das ist ja So schlimm war ich jetzt auch nicht Möhren sind da super Gurke Genau Paprika Heizrück Es ist Englisch für Juni Käfer Nach 18 Uhr einfach nichts mehr Großartig futtern Und viel Wasser Und kein Cremes Außer Sonnencreme Meine größtenteils Wurde Wurde mit Über 90 Deine Großmutter meint das Ja okay ja krass Großtantisch Soll das heißen Thompson grüß dich Black Pearl Warum gehst du denn jetzt schlafen Schlaf schön Und warum ziehst du eine Schnute Schaffen wir noch die 100 Likes Wir haben gleich die 100 Likes geschafft Dann würde ich auch sagen Kommen wir noch zu Alin Bachmann Wenn ihr Lust habt Ja Habt ihr noch Fragen zu der Alin Bachmann Michael Wendler Wie gesagt da war jetzt nicht so viel Das mit Xavier Naidoo Konnte man die Woche berichten Lese ihn Freakable Das kriegt hier aber so So vor Lese den Titel Und wie immer Nicht überrascht Geht es schon ums Thema Oder wieder Wir quatschen gerade so ein bisschen rum Aber du kannst gerne auch Zu Alin Bachmann schon mal ein paar Sachen reinschreiben Dann können wir noch mal Und dann noch zu Mike Zu Mike hatte ich ja eben schon was gesagt Aber für die Leute die jetzt nicht dabei waren Mit Mike vom Sommerhaus Hab ich kurz geschrieben Der will ja sämtliche YouTuber abmahnen Und gegen die Vorgehen Und ich hab den halt proaktiv Angeschrieben Und gesagt Was er jetzt Also dass er sich gerne bei mir melden kann Wenn er sich von meiner Berichterstattung Unfair behandelt führt Und gerne im Live Talk auch eingeladen ist Jederzeit Und der hat sich sofort bei mir bedankt Und geschrieben Und Ja Das war es im Prinzip auch So sind wir jetzt erstmal verblieben Und dann warten wir erstmal ab Was dann noch abgeht Also ich denke schon Dass das Noch spannend werden könnte Mit ihm Und vielleicht gibt es irgendwann mal einen Live Talk Also jeder Über den ich berichte Ist hier auch eingeladen Egal ob man den jetzt mag oder nicht Ja Das wäre ja sonst unfair Ich hab noch nie deine Beine gesehen Pikachu Also du bist ja hier einer Oder eine Mike ist so lächerlich Also wie gesagt Er ist jederzeit hier eingeladen Also Fand es aber auch so ein bisschen drüber Bei Instagram Ganz ehrlich Wer ist Mike Vom Sommerhaus Und Kampf der Reality Stars Ein Mädel Ist Pikachu Na gut Aline hinterlässt Einfach nichts außer Fragen Der Mike Mit dem langen Nachnamen Der so massiv Aggressiver seiner Frau Gegenüber war Genau Ja ja Ähm Ja was ist denn eigentlich Mit AB Hat die sich Eigentlich mal geäußert Zu ihrem geleakten Suchverlauf Genau Darüber können wir nochmal sprechen Ähm In der Tat Hat Aline Bachmann Ähm Nie Großartig Krass Dazu Stellung bezogen Sie hat das immer nur abgetan Ja das ist alles Quatsch Ja Und welche geleakten Sachen Und wie auch immer Und das sei alles Quatsch Und Blödsinn Und äh Lügenmärchen Und wie auch immer Also sie hat das dann halt schon gesagt Und das Ne Wer das nicht hinterfragt Äh Der glaubt ihr dann vielleicht Auch mitunter Also zumindest ihre eigenen Fans Die sie hier und da ja hat Ein paar Follower mögen sie ja Nach wie vor Ne Egal was die macht Und ähm Jetzt hatte sie ja letzte Woche Da hab ich ja jetzt auch ein Video noch drüber gemacht Und auch einen Stream Neulich Da hab ich ja schon ein bisschen drüber gesprochen Aber da können wir auch nochmal drüber sprechen Äh Hat sie ja diesen vermeintlichen Kopf Der Telegram Gruppe Äh Auch geleakt Und privaten Kram Äh Namen Adresse Profilbild Und Co Alles geleakt von dem Ob es jetzt wirklich der Kopf Dieser Telegram Gruppe war Oder nicht Steht jetzt äh Natürlich in den Sternen Ob das stimmt Aber ja Äh Chrissy Grüß dich Hab gehört Dass die alte Besitzerin Von Vibrand Aufgetaucht ist Und Vibrand Auf keinen Fall Geritten werden darf Ja das Hab ich auch schon häufiger gehört Ne Dass Das Das Der Das Also dass das Pferd Der Vibrand Da nicht geritten werden darf Das steht ja außer Frage Also es ist halt schon irgendwie krass Ähm Dass das Dass der auch so oft zum Verkauf steht Ja also das ist ja quasi Dauer Äh Sie wartet ja glaube ich da nur auf ein super Angebot Um dem da loszuwerden Oder sie will halt dadurch im Gespräch bleiben Weil ähm Klar gab es jetzt diesen Skandal Äh Jetzt letzte Woche mit den Leaks da Also mit dem Von wo sie jetzt den Typen geleakt hat Und dann auch die Leute beleidigt hat Und jetzt gegen diese Gruppe Telegram Gruppe da vorgehen will Weil die natürlich auch privateste Sachen von ihr Äh Geleakt haben Und 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 diesen Suchverlauf Und Co Und da waren ja auch grenzwertige Sachen bei Muss man ja auch nicht drüber reden Ähm Aber Im Grunde genommen Ist es ja in Schulen Sehr sehr Äh Ruhig auch zum Teil mit ihr Also ich hatte jetzt auch teilweise Probleme Überhaupt Themen zu finden Und manche haben auch in den Kommentaren geschrieben Das Thema ist tot Interessiert keinen mehr Aber ich sehe es an den Klicks Dass die Leute das noch gucken Also von daher Denkst du Aline profitiert von dem Pferdedrama Ökonomisch Definitiv Ja Dadurch hat sie mehr Traffic Dadurch ist sie im Gespräch Und dadurch Ähm Weil sie Traffic hat Ist sie für Werbeunternehmen Hier und da Leider Gottes Ähm Spannend Ja Nicht den Mike hier ans Mike lassen Äh Lisa mal gucken Also wie gesagt Ich glaube nicht Dass der hier meine Einladung annimmt Aber ich wollte jetzt erstmal proaktiv Verhindern Dass es jetzt irgendwelchen Anwaltstress gibt Weil das ist immer stressig Auch wenn man eine Versicherung hat Oder irgendwelche Anwälte Nervt das Also Ich brauche es jetzt nicht dauernd Die nimmt auch nie Stellung Die abgeschaffte Sendung Wird auch unter den Teppich gekehrt Naja Ähm Das soll allerdings noch irgendwann Äh Ausgestrahlt werden Also zu Like Us Habe ich ja mit der Produzentin geschrieben Von Like Us Und das soll irgendwann nochmal kommen Aber das wird jetzt auch schon seit Ja Fast halben Jahr Also seit November Wird Ja eigentlich schon seit einem halben Jahr Ist ja schon wieder April ist ja schon wieder beendet Ne Es ist ja krass wie die Zeit vergeht Ne Ich habe heute meinen Fasten gebrochen Mit dem Leistung Dankeschön Wieso Hast du heute was gegessen Äh Fresh Juniste Guten Abend Ich denke nicht Dass du dich da irgendwie Unverschämt geäußert hast Eine freie Meinung Ist in Deutschland Gott sei Dank Nicht strafbar Solange Man nicht beleidigt ist Genauso sehe ich das auch Äh Fashionista Dankeschön Das geht nicht Tod Stoff kommt immer nach Ich denke auch Ähm Also ich sehe das ja auch immer wieder Wenn jetzt irgendwie ein Thema kommt Wie Äh Sie spricht über Ähm Anne Wünsche schlecht Jetzt rein theoretisch Das hat wieder 30.000 Klicks So Es ist Ramadan Und ich fast Aber warum hast du das gebrochen Dann Dann zieh doch durch Pikachu Nicht dass es hier Ärger gibt So wie lange haben wir denn jetzt Hier schon den Stream online Eineinhalb Stunden Ähm Ja stellt ruhig gerne noch ein paar Fragen Elfi Hauke Guten Abend Wegen Sonnenuntergang Okay jetzt dürfen Dürfen die Leute schon essen Okay das wusste ich nicht Ich dachte erst Wenn es stockdunkel ist Draußen AB ist einfach nur noch Cringe Ihre Leistungen Kann ich Kann man sich nicht mehr antun Lieber mache ich was In meinem Garten Abgesehen Geht sie immer live Wenn normale Menschen arbeiten Das stimmt Es war jetzt Essenszeit Achso Ja dann guten Hunger Dann gönnt euch An die Muslime Die jetzt gerade zuschauen Gönnt euch euer Essen jetzt Guten Hunger Habt ihr denn jetzt noch Lust Auf eine Runde Twitch Auf eine Runde Twitch rein Theoretisch Weil ich merke so langsam Ähm Können wir natürlich noch Zehn Minuten über Alin Bachmann Auch so ein bisschen reden Aber wie gesagt Ähm like us immer noch Fragezeichen Ich hab mit der Produzentin halt geschrieben Das soll jetzt auch kommen Aber das sagen jetzt schon seit einem halben Jahr gefühlt Keine Ahnung wann das genau kommt Dann ähm Anne Wünsche hatten wir das Thema Wir hatten die Leaks von Alin Bachmann nochmal kurz als Thema Da gibt es aber auch ein explizites Video zu Ansonsten war bei Alin Bachmann jetzt eigentlich relativ ruhig Ne Anne Wünsche war mit den Kindern Mit der Übelkeit Wo man drüber sprechen konnte Michael Wendler Haben wir ein bisschen gequatscht Aber da war jetzt auch nicht so viel los Außer dass er gegen Saviour and I do Wo auch noch ihr euch ein Video gewünscht habt Noch was zu kommt Also da kann sich jetzt glaube ich keiner Ähm Beschweren Hab dich lieb David Meine Schwester Schaut auch deine Videoser Grüße gehen raus an die Schwester Ähm Also einige haben noch Bock auf Twitch Dann würde ich auch sagen Dass wir jetzt noch die Leute rüber zu Twitch mit rüber nehmen Ja Weil ich merke so langsam ist jetzt hier auch Habe ich hier meinen Pulver Verquatscht Und dann würde ich sagen Gehen wir auch mal so ein Stündchen oder so auf Twitch oder so Rüber Jokes on you Du musst nur auf die Twitch Seite gehen Und kannst dann einfach da mit gucken Der Link ist hier Das kostet nichts Das ist genauso Nur eine Seite wie YouTube Kannst es über dein Handy gucken Du kannst dir einen Account machen Zum Mitschreiben Ähm Auch Lisa Sinan kann sich dort einen Account machen Und Co Also es lohnt sich Äh Holt euch gerne Ähm Ich lade mich jetzt Twitch runter Sehr gut Man braucht noch nicht mal einen Account Schreibt Thompson auch Also man kann auch so Lasst gerne noch ein Like da Lasst auch gerne ein kostenloses Abo da Danke an meine Mods Danke für die ganzen Donations Hier im Superschat Beziehungsweise auch Bei TippiStream Und wir gehen jetzt noch ein Stündchen oder so Auf Twitch eine Runde Ein bisschen quatschen Da war ich jetzt auch 2-3 Wochen nicht online Und dann Sehen wir uns demnächst wieder Das war auf jeden Fall wieder der Sonntags Stream Ein schöner Talk mit euch Hat mir Spaß gemacht Danke an euch Und dann Kuss an alle Die jetzt rüberkommen Und Kuss an die Leute Die jetzt schlafen gehen Bis dann Und Ciao 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 Vielen Dank.